Hallo. Da sind wir wieder. Und... 1, 2 oder 3. Boah, ist hier in jedem Drecksraum so ein Fuzzi drin. Machen Dir unsere Psych... ...Psy-Psy-Psy-Psy-Psy-Psykläfte-Angst! Ich hab denis, denis ist gut, gut. Kalabra, Ich meine, bei irgendwelchen hätte Dennis nichts gebracht. Ja, sonst kannst du ruhig blockieren. Okay, das läuft auch. Genesung, ne? Könnte ich kotzen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Sehr gut. Und es hat übrigens gerade geklingelt, falls man das gehört hat. Yes! Äh, nö. Fleckmann war das, ne? Ich habe bald keinen Donnerblitz mehr, übrigens. So, mal nebenher gesagt. Sehr schön. Pantimos, da haben wir es wieder. Nein. Anscheinend ist hier so Blitzgedöns ziemlich gut. Hallo, das heißt Duplex-Heap. Und Duplex hört sich nach zwei an. Und dann kann er sich nicht dreimal treffen. Paralysiert. Jo. Nö. Yay. Kadabra. Nö. 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 Ich glaube, das zieht viel ab. Ja. Äh, da weiß ich auf jeden Fall, wo ich gleich schon mal hingehen werde. Ähm. Nehmen wir den Alex. Wahrscheinlich wird es in fünf Minuten wieder klingeln. An der Tür. Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. Okay. Oh Gott. Komm ich hierher? Nee. 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 Ich dachte, das wäre irgendjemand, der mich heilt. Das sah so nach einem Engel aus. Exorzistin. Nö. Nebulak. Oh Gott. Da ging nur... Wie war das bei einem Geist? Auf jeden Fall nur irgendwie so Spezial-Dinger. Nehmen wir mal Shen. Schlecker. Neu bei Schlecker. Eigentlich dürfen nur so Pokémon... So Pokémon, so Dinger funktionieren. Und die ist auch noch sehr effektiv. Das ist ja mal der Burner. Ich bin überrascht. Konfu-Strahl. Oder ein Konfu-Strahl. Ja, nicht selbst. Ja, ich weiß, dass es verwirrt ist. Oh, Shannon. Ja. Och, Shen, Alter. Was ist denn los mit dir? Dankeschön. Meine Fresse. So, was hast du noch? Nebulak, noch eins. Nee. Shen ist nicht mehr verwirrt. Nee. Ah. Ah. Ja? Ach. Alter. Das ist so ätzend. Bitte nicht. Dankeschön. Nachtnebel. Nachtnebel. Ah. Toll. Dann. Christoph. Der kann nämlich voll voll machen. Das ist gut. Super. Apollo. Nein. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ich hab nur noch Christoph, der hier was machen kann. Ich hab nur noch Christoph, der hier was machen kann. Ich hab nur noch. Ah. Ich guck mal, ob ich einen Beleber hab. Ich müsste eigentlich noch diesen Top-Beleber haben. Ja. Und den benutze ich an der Schem. Okay, das lädt komplett auf. Das ist super. So. Weil ich hab keinen Bock, dann nachher nochmal gegen die Dolle zu kämpfen. Hypnose. Keine Wirkung. Sehr schön. Und jetzt Konfusion. Oh Mann, hör mal auf mit dem Kacknachtnebel, Alter. Das ist so erbärmlich. Das ist so erbärmlich. Oh. Oh, jetzt hat er... Oh. Natürlich. Boah, es hat sich zum Glück nicht getötet. Ähm. Übertrank. Ja. Nein. Oh, Gott. Ich will doch kämpfen. Kämpfen. Keine Wirkung. Sehr schön. Nicht selbst treffen. Dankeschön. So, einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Oh. Oh. Ich bin erreicht Level 34. Das ist sehr schön. Psychstrahl. Was war das denn nochmal? Das hat er eben gerade gemacht. Es kommt wieder so ein Drecks-Auto. Oder was auch immer. Hm. Psychstrahl. Weil da war der Psychstrahl nicht einfach, dass es irgendwie... Fuck. Ich meine, der Psychstrahl wäre gewesen... Das ist wegen der Verwirrung. Ich habe gerade mal mein Buch hier hingeholt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Fähigkeiten und Attacken. Was ist denn? Was ist denn hier drinne? O. P. Psychstrahl. Schädig. 10% Chance, den Gegner zu verwirren. 10% Chance! Der hat mich jedes Mal verwirrt, der Arsch. Das ist denn AS. Schlüssel irgendwo. Attackenstärke. 65%. 65%. 65%. Und was hat Tackle? 35%. Ich mache es jetzt einfach. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht von Gelb auf Gold irgendwie geändert hat. Aber ich habe mit Chen eh die Tackle gemacht. Chen ist mein... Mein... Dings... Pokémon. Ich habe nun doch verloren. Nun. So. Ja. Sehr schön. Ich möchte gerne ins Poké Center. Ich gehe jetzt einfach einen anderen Weg. Und hoffe, dass ich dann direkt zum Arenaleiter komme. Ja, bitte heilen. Die Arena möchte ich heute eigentlich noch ganz gerne fertig kriegen. Ja, ist gut. Auf, auf. Ja, ja. So. Dann gehen wir mal hier in. Hier waren wir schon. Komm. Ich möchte ja eigentlich ganz gerne alle besiegen. Poké passen sich nach ihrem Trainer an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Jo. Ne? Eins. Level 40 oder wat? 38. Jetzt kann ich schon wieder meinen... meinen Shen verschandeln. Obwohl, ich kann mal hier gerade den Psycho-Strahl probieren. Kon-Fu-Strahl. Genau. Das war der, der verwirrt. Oh, ist das so ätzend. Ach, Mann. Ja. Doch. Aber jetzt tun wir ja erst mal wieder... Ähm. Ne, Hyperheiler war das nicht. Was war das denn? Ich hab da noch ganz viele von... Hier, Hyperdrank. Das war's doch. Was da auch immer der Unterschied bei ist, aber... Nun gut. Nein, nicht Item. Süßstrahl. Und warum darf der immer zuerst, der Penner? Ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist. Konfusion oder Psycho-Strahl? Yes. Psycho-Strahl. Eindeutig Psycho-Strahl. Sehr gut. Oh, super, Shen. Ich wusste es. Hier waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Die hat schon wieder so Geist-Pokémon, ne? Ein Nebulark. Der ist 34. Oh, ich hoffe, die kriegt jetzt nicht irgendwie alle noch die Fresse. Nach Nebulark. Wollen wir einmal den hier? Wow. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Alter. Wo war der denn? Ich bin schon wieder drauf vorbei, ne? Da. Ich bin so froh, dass ich das getauscht habe. Den Teckel gegen den Psycho-Strahl. Bitte nicht selbst. Oh, man. Shen ist nicht mehr verwirrt. Es hört sich immer so doof an. Alpollo. Nein. 34 auch. Der darf immer zuerst. Nur weil der ein Geist ist. Das ging bei dem anderen besser. Nee. Toll. Habe ich einen Aufwecker? Da. Da war einer. Da. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Nee, nur Verwirrungsgedöns. Ähm. Oh. Und jetzt können wir wieder loslegen. Alpollo. Alter. Kann der immer wieder Kacke aufhören. Ich hoffe, der macht jetzt nur Schlecker, weil das zieht nicht ganz so viel ab. Oh, der Kung-Fu-Strahl. Dankeschön. Bitte komm, Shen. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Immer noch am Penn. Kann der jetzt nicht Traumfresser machen oder sowas? Ich würde schon sagen, nicht schon wieder, ey. Oder geht Traumfresser immer? Ich meine, das wird doch funktionieren, wenn jemand am Pennen ist. Och, komm. Würde schon sagen. Dankeschön. Ich bin nicht gut genug. Dankeschön. Wie sieht das hier überhaupt aus? So, Shen ist geschwächt. Ach, das geht schon so lange. Ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Arena wieder. Genau. Bis dennne.